Die Wahlen sind natürlich ein besonderer Ausdruck der Beteiligung, weil man dann die Richtung der Europäischen Union festlegen kann und weil man festlegen kann, wer die Bürgerinnen und Bürger im Gesetzgebungsverfahren vertritt. Das Europäische Parlament ist das einzige multinationale Parlament der Welt, wo die Abgeordneten von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden und das Gesetzeskraft hat. Bei der Europaparlamentwahl sind mehr Bürgerinnen und Bürger beteiligt und wahlberechtigt, als Nordamerika Einwohner hat. Und wir sehen am Brexit, dass wann nicht alle hingehen, entscheiden die, die hingehen. Wären so viele Junge hingegangen denn wie Ältere hätten wir keinen Brexit. Daher ist das Parlament, der Parlamentarismus, die liberale Demokratie, das Herzstück jeglicher Demokratie und daher ist es das Kernelement. Daher bitte ich an der Wahl teilzunehmen und mit der persönlichen Stimme die Richtung der Europäischen Union zu bestimmen.